Am Anfang war ich auch noch relativ orientierungslos zu Beginn, als ich mir gesucht habe, was ich nach der Bezirksschule machen könnte. Und habe mich dann eben rumgeschaut, was sind meine Fähigkeiten und meine Interessen und wo trifft sich das mit einer geeigneten Branche oder einem geeigneten Beruf. Und viel geschnuppert, viel rumgeschaut und dann habe ich die Handelsbranche entdeckt, eben mit Coop. Und hat mir von Anfang an gefallen. Sehr dynamisch, sehr weitreichend. Die verschiedensten Bereiche kann man im Handel kennenlernen. Und ja, das hat mich überzeugt. Also Handel verändert sich stetig. Stetiger Wandel im Handel. Unglaublich dynamisch, natürlich auch sehr politisch beeinflusst. Wie mit unseren Beziehungen zur EU, zu Europa, zu unseren Nachbarländern. Es verändert sich stetig. Wir können an der Globalisierung nicht vorbeischauen. Genauso Automatisierung, die wir auch im Handel, zum Beispiel in der Logistik viel sehen. Und der gleichen Digitalisierung. Das sind alles Schlagwörter, die im Moment unglaublich viel, unglaublich schnell Dinge verändern. Und diese Veränderung überleben nur Unternehmen, die sich nicht nur an diese anpassen, sondern auch lernen davon zu profitieren. Genau. Und das nehme ich so wahr. Viel passiert. Man muss dranbleiben und darf nicht stehen bleiben. Das war ja auch. Viel passiert. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020